Es sieht nicht gut aus, zumindest nicht beim DAX, denn der heutige Tag ist deutlich negativ. 12.431 der Index jetzt am späten Nachmittag und damit zeichnet es sich ab, dass nicht nur die Bewegung relativ schnell ist, sondern das, was wir ja schon mal angedeutet hatten, dass wenn diese Marke hier fällt, dann wird diese mit Sicherheit hier als nächstes angegriffen. Und die haben wir gesehen. Das Tief, was wir hatten im März, 7. März, das lag bei 12.438. Das Tief, was wir heute hatten, war bei 12.419. Also Mindestvoraussetzungen auf jeden Fall mal erfüllt. Und jetzt gilt es, jetzt ist die Frage, ist das eine ernsthafte Unterstützung, an der der Markt tatsächlich dreht? Die Chancen dafür sind ja durchaus gegeben. Ich muss allerdings sagen, wenn ich auf den kurzerfristigen Chart, und das ist ja die Aufgabe eingibt, des Index-Updates, was wir nachmittags machen, uns das mal angucken, was er von diesen Niveaus hier aus gemacht hat. Ich habe rüber gewechselt zum FDAX, also zu dem Titel, der ja quasi besser handelbar ist. Der Index ist ja eher der Anzeiger, nicht jetzt das Ausführende. Aber wenn ich mir angucke, von diesen Unterstützungen, die wir jetzt hier in etwa haben, das ist die Antwort derjenigen, die in den letzten Stunden gekauft haben. Das ist jetzt hier 5. Juli 1430, das ist die letzte Zeit gewesen. Das ist also die Begeisterung nach oben. Ich weiß, dass viele argumentieren und sagen, ah, klasse, jetzt haben wir doch dieses doppelte Tief. Von dort aus muss der Kurs doch jetzt hier nach oben gehen. Das ist doch ganz typisch. Naja, es ist regelmäßig so, dass das der Fall ist, aber dass man sich darauf verlassen kann, das haben wir ja hier schon gesehen, dass das nicht wirklich klar ist, dass der Kurs an solchen Tiefmarken dann tatsächlich den dreht. Das ist jetzt nur ein Beispiel von ganz vielen natürlich. Also das alleine reicht eher nicht. Es ist dann auch wichtig zu sehen, wie die Bewegung nach oben gegangen ist. Je wackeliger die geht, und diese war schon wackelig, wenn ich jetzt hier im 5-Minuten-Chart das angucke, was wir hier jetzt bekommen haben, oje, oje. Also ich sehe noch nicht, dass die Marktteilnehmer auf Bullisch gebürstet sind. Im Gegenteil, ich sehe die Gefahr, dass das eine Fortsetzung nach unten nochmal gibt. Und damit würden wir dann natürlich auch immer mehr dieses Tief hier nochmal verlassen nach unten und damit die Tür für deutlich tiefere Kursniveaus nochmal aufstoßen. Aber das ist eine andere Geschichte, soll jetzt nicht heute Nachmittag erzählt werden. Aber ihr seht schon, das, was ich hier sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, leitete an dazu, eigentlich eher die Short-Seite zu spielen und auch der letzte Arm, der ja relativ zügig runter ist. Und das Ganze wird unterstützt durch Amerika. Die Amerikaner ja wieder da. Wir hatten zwar, ihr seht das hier, 4. Juli, wo haben wir es? 4. Juli, da ist auch so ein bisschen Bewegung gewesen. Aber das ist nicht der breite Markt, der jetzt hier unterwegs war. Das war natürlich auf sehr dünnem Eis sozusagen diese Bewegung, die wir jetzt hier haben oder hatten. Aber auch hier gilt die grundsätzliche Überlegung dieser Aufwärtsbewegung im Verhältnis zu dieser Abwärtsbewegung. Das Einzige, was man dem zugutekommen lassen kann, dass auch die eigentlich eher dreiwellig ist, dreiwellig eher nicht so das ganz tolle Zeichen ist für eine Haupttrendrichtung. Ja, das werden einige Bullen jetzt mit Freuden hören. Also das nicht die Haupttrendrichtung. Ja, nur die Aufwärtsbewegung, diese hier ist ja nun noch korrektiver. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass wir ernsthaft auch beim amerikanischen Markt hier. Diese Marke, das ist das Tief vom 17. Juni, Nachmittag, 16 Uhr, in etwa, das ist jetzt hier der Dow Future bei 29.650 hier, dass wir die nochmal tatsächlich ansteuern, dafür ist die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht relativ groß. Dafür spricht auch, dass der Rücksetzer bisher schon relativ weit gelaufen ist und auch jetzt sagen wir mal so diese Symmetriegründe, die ich jetzt eben mal so angedeutet habe, also das, was vorne ist, da hinten nochmal, auch unter meine, wie ich immer sage, letzte Verteidigungsmarke eben deutlich nochmal drunter reichen würde, es sieht tatsächlich nicht gut aus. Solange am Nachmittag jetzt für die Intraday Trader die Bewegungen nach oben eher harmlos sind, irgendwie so A, B, C mäßig oder irgendwie wild wackelnd irgendwie was, würde ich nicht, definitiv nicht auf die Longseite gehen. Ich lasse mich gerne wieder für die Longseite einfangen, wenn der Markt so eine Bewegung macht und ganz wichtig, danach nochmal runterkommt und dabei ist es wichtig, das müsste ein Tiefpunkt sein, ja das ist bei der Vorausgeschichte ja durchaus gegeben, Tiefpunkt deshalb, weil diese Bewegung von oben kam, immer in Relation zu dieser Bewegung sozusagen und dass das korrektiv ist und so ungefähr in diesen mittleren Bereich reinfällt. Leider kann ich euch die Daten ja noch nie nennen, weil aktuell bin ich nicht bullish, denn das fehlt noch komplett und dementsprechend kann ich natürlich diese Kiste nicht ausrechnen, wo der Kurs hinwackeln müsste. Also in diesem Moment wäre eher meine Erwartung, dass Wackelig nochmal einlädt für eine Short-Seite, für alle Intraday-Freunde. Für die etwas übergeordneten, etwas längerfristigen, muss ich ganz ehrlich sagen, im Moment, ich sehe es nicht. Der früheste Zeitpunkt für die etwas längerfristigen ist vielleicht hier so 4. Juli nachmittags, wie gesagt Feiertags zwischenhoch. Welche Bedeutung das genau jetzt hat, werden wir dann nochmal sehen, aber wenn der Kurs da drüber geht, dann hätten wir zumindest ja wieder klarifiziert, dass das wieder so ABC-mäßig ist und wir in irgendeiner Form eine ganz gute Chance haben, dass das hier dann tatsächlich nochmal passiert. Aber dafür müsste erst über 31.200 irgendwas dann laufen. Das wäre dann schon Pflichtaufgabe. Das ist ein bisschen ähnlich beim S&P, nur dass der hier hinten nicht noch ein bisschen tiefer gelaufen ist. Wenn der dann noch ein bisschen runter käme, wäre das eigentlich fürs Bild fast besser, dann wäre auch das ein möglicher Trigger. Aber auch hier gilt, dass dieser Rücksetzer, den wir hier haben, dann ganz schön weit schon mal runter wäre. Also wenn wir ungefähr das hier nochmal sehen, das mittlere Gewackel, das ist ja ganz klar korrektiv. Jetzt nochmal die Fortsetzung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Abwärtsseite scheint mir Trumpf zu sein, auch im 5-Minuten-Chart. Das Ding sieht dreiwellig aus, damit ist das korrektiv. Der Kurs ist hier durch, Fortsetzung nach unten nochmal. Ich muss ganz ehrlich sagen, Stärke ist schwerlich auszumachen aktuell im Markt. Ein bisschen vorteilhafter sieht es ja schon fast beim Nasdaq aus. Aber auch hier muss man sagen, dass die Bewegung, wenn ich mal dieses hier angucke, der ist niedriger als das. Das heißt, wir sind da auch schon wieder in einer Überschneidung. Das heißt, so richtig toll ist dieser Anstieg nicht. Also überschneidungsfrei wäre irgendwie sowas. Ja, Rücksetzer, aber viel höher, das hier als der vorherige Rücksetzer. Wenn ich mir das hier angucke, hier waren Rücksetzer, von dem mal ganz zu schweigen. Wenn wir den selbst ausblenden, ist der niedriger als das. So sieht das nicht gut aus. Also die Voraussetzungen für die bullischen Marktteilnehmer sind nicht optimal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, die Abwärtsseite ist nach wie vor die relevantere und dementsprechend all das, was wackelig hochgeht, nochmal für Shorties nutzen. Vielleicht sogar für die ganz kurzfristigen sowas in dieser Form, um anschließend nochmal die Abwärtsseite da entsprechend mitzunehmen. Das halte ich zumindest mal für interessant. Also auf diese Sachen mal ein bisschen achten. Für die kürzerfristigen, für die etwas längerfristigen unter euch. Der Gedankengang, dass das tief offensichtlich noch nicht wirklich gefunden ist. Also wer jetzt schon kauft, der kauft mit dem Risiko, dass der Kurs da massiv nochmal durchgeht. Denn wir haben es hier beim DAX gesehen, fangen wir mit dem, hören wir mit dem auf, mit dem wir angefangen haben. Denn der hat ja schon gezeigt, dass diese Unterstützung nicht zwangsweise auch wirklich halten. Es ist ein Angebot für die Marktteilnehmer und deshalb besonders spannend drauf zu gucken, ob sie dieses Angebot wahrnehmen oder ob sie sagen, lass man sein. In diesem Sinne drücke ich euch die Daumen, dass ihr die richtigen Entscheidungen fällt. Im aktuellen Bild zumindest mal nicht so sehr auf der bullischen Seite, wie ich finde, eher vielleicht nochmal auf der Short-Seite ein bisschen mittanzen. Für diejenigen, die übergeordnet halt noch long sind, wäre die Überlegung, ernsthaft Absicherungsinstrumente mit einzubauen. Das heißt, so einen kleinen Shorty mal mit reinzulegen. Einfach damit man nicht negativ überrascht wird, wenn der Markt doch beschleunigt nach unten da durchkippt. Damit ist zumindest mal nicht, also das sollte man nicht ausschließen. Da sollte man mit einkalkulieren. In diesem Sinne, euch alles Gute und liebe Grüße.